Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, wisst ihr, ihr könnt noch so laut schreien, aber eins ist sicher, ja, Hamburg ist europäische Umwelthauptstadt und das ist gut für die Menschen in dieser Stadt und wir freuen uns. Mit dem heutigen Bürgerfest, liebe Bürgerinnen, geben wir den Startschuss zu einem Jahr der Ideen und Impulse. Ich begrüße Sie alle herzlich zur europäischen Umweltschauptstadt 2011 in Hamburg, der grünen Wasserkohle am Wasser. Wenn das Ihr Beitrag ist für mehr Umweltschutz, dann ist das ziemlich armselig, ziemlich armselig. Mit Geschrei, mit Geschrei gewinnt man die Zukunft nicht. Ich freue mich, dass Hamburg als Umwelthauptstadt gelingt, möglichst viele Menschen für den Umweltschutz zu begeistern. Heute machen wir den Auftakt. Ich freue mich darauf und ich wünsche uns allen, und ich wünsche unserer Stadt ein erfolgreiches Hauptstadtjahr für die Umwelt, für den Klimaschutz und damit Hamburg einen guten Beitrag leistet. Vielen Dank denjenigen, die mir zugehört haben und vor allem vielen Dank denjenigen, die mitmachen. Vielen Dank. Vielen Dank.